Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Da das letzte Ranking-Video schon wieder einige Zeit zurückliegt, habe ich jetzt mal wieder die Beine in die Hand genommen und präsentiere dir voller Stolz meine persönliche Top 5 der glaubwürdigsten Harry Potter Theorien. Bevor wir allerdings starten, sei noch einmal gesagt, dass es sich hierbei nur um Theorien und nicht um Fakten handelt. Die Platzierung ist meine subjektive Sicht darauf und soll nicht die Glaubwürdigkeit einzelner Theorien bestärken. Trotzdem halte ich es für gut möglich, dass so manche Theorie hier doch wahr sein könnte und wir einfach noch nicht aufgeklärt wurden. Lang genug gequatscht, fangen wir an. Für meinen Platz Nummer 5 ist tatsächlich J.K. Rowling höchstpersönlich verantwortlich. Kurz bevor der siebte Band, Die Heiligtümer des Todes, veröffentlicht wurde, gab sie nämlich einige scherzhafte Spoiler-Informationen bekannt und eine davon war, dass der Riesenkrake im See von Hogwarts in Wirklichkeit die Animagus-Gestalt von Godric Gryffindor sei und dieser werde sich aus dem See erheben, wenn Hogwarts in größter Gefahr sei. Viele Fans waren nach dieser Aussage fest davon überzeugt, dass der Riesenkrake eine Rolle während der Schlacht um Hogwarts spielt. Bemerkten allerdings dann später, dass Rowlings Aussagen nicht ernst gemeint waren. Trotzdem gibt es noch heute viele Befürworter dieser Theorie und das hat bestimmt auch etwas mit der Natur des Kraken zu tun. Denn bereits in den ersten Büchern konnten wir erfahren, dass vom Kraken absolut keine Gefahr ausgeht. Ganz im Gegenteil. Der Riesenkraken lässt sich wie ein Goldfisch mit Toast füttern oder an den Tentakeln kitzeln. In Harry Potter und der Feuerkelch berichtet der junge Dennis Creevy sogar, dass er aus dem Boot gefallen sei und der Kraken ihn zurückgeworfen hat. Es gibt diverse Mythen um riesige Kraken, doch haben diese meist gemeinsam, dass der Kraken alles andere als friedlich oder umgänglich ist. Godric Gryffindor war jedoch immer für seinen Heldenmut bekannt und ihm wäre durchaus zuzutrauen, als Wächter in Hogwarts bestehen zu bleiben. Und wenn man bedenkt, was für lebensgefährliche Wesen in Hogwarts ihr Unwesen treiben, Trolle, umherschlagende Bäume, dreiköpfige Hunde etc., ist es durchaus verwunderlich, warum ausgerechnet ein monströser Kraken nett sein soll. Deshalb mein Platz 5 für die Godric Gryffindor ist der Riesenkraken-Theorie. Kommen wir zu meinem Platz hier und damit zu der Theorie, dass die Dursleys nur so arschig zu Harry waren, weil er ein Horcrux war. Ich denke mal, wir alle haben uns nach dem ersten Teil von Harry Potter das gleiche gedacht. WTF, was sind die Dursleys bitte für dumme... Piep! Vor allem dachte man ja auch, ihr Zorn gegen Harry beruht nur auf Streitigkeiten zwischen Petunia und Lily und der arme, kleine Harry muss das jetzt ausbaden. Doch vielleicht war Harry selbst ja gar nicht so unschuldig. Okay, natürlich konnte er auch nichts dafür, ein Horcrux von Voldemort zu sein, aber ihr wisst, was ich meine. Wie wir aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 1 wissen, kann direkter Kontakt zu einem Horcrux zu stark negativen Stimmungen führen. Ein Beispiel dafür war Ron selbst, der eine Zeit lang Slytherins Medaillon trug und daraufhin so jähzornig wurde, dass er die Gruppe kurzerhand verließ. Er verließ damit nicht nur seine Freunde, die er seit so vielen Jahren kennt und schätzt, sondern auch seinen besten Freund Harry und seine Liebe Hermine. Ergo muss ihm der Horcrux sehr stark zugesetzt haben, wenn er eine solch schwere Entscheidung im Bruchteil von Sekunden trifft. Und Rons Reaktion entstand bereits nach ein paar Tagen. Was passiert also, wenn man mit einem Horcrux viele Jahre zusammen unter einem Dach lebt und ihm quasi täglich ausgeliefert ist? Das müssten wir jetzt die Dursleys fragen, die viele Jahre mit Harry, also einem Horcrux, zusammen lebten. Also war Harry vielleicht wirklich der Grund für den Hass seiner Verwandten auf ihn? Natürlich spricht dagegen, dass Hermine nie einen solchen Zorn of Harry entwickelte, doch die Dursleys haben wesentlich mehr Zeit mit ihm verbracht. Man muss sich also selbst die Frage beantworten, für wie wahr man diese Theorie hält. Bei mir reicht es für Platz Nummer 4. Platz 3 ist für mich die Theorie, dass Krummbein die entlaufende Katze von Lily und James Potter ist. Klingt im ersten Moment vielleicht etwas weit hergeholt, wenn man sich jedoch die Argumente dazu anschaut, kann man durchaus stutzig werden. Denn was wissen wir? Hermine kauft im dritten Teil der Gefangene von Azkaban in der magischen Menagerie eine Katze, die laut dem Verkäufer bisher nie jemand haben wollte. Da Hermine sehr warmherzig ist, entschließt sie sich ausgerechnet, diese alte, abgewiesene Katze zu kaufen. Außerdem erfährt Hermine, dass Krummbein dort bereits seit zwölf Jahren den Laden hütet. Und vor circa zwölf Jahren wurden James und Lily von Voldemort ermordet. Zeitlich würde dies also passen. In den ersten Büchern wird darüber hinaus auch des Öfteren erwähnt, dass die Potters eine Katze hatten. Zum Beispiel schrieb Lily in einem Brief an Sirius, dass Harry beim Spielen mit seinem Spielzeugbesen die Katze fast getötet hat. Jedoch ist das weitere Schicksal der Katze unbekannt. Höchstwahrscheinlich ist sie nach Voldemorts Eindringen ins Haus geflüchtet oder spätestens, nachdem das Haus dem Erdboden gleichgemacht wurde. Ein weiteres Argument für diese Theorie ist, dass sich Krummbein immer sehr gut mit Sirius verstanden hat, aber Peter Pettigrew nicht ausstehen konnte. Jetzt können viele denken, hey Daniel, du rechnest einer Katze hier viel zu viel Intelligenz an. Aber Achtung, jetzt folgt das letzte Argument. J.K. Rowling gab nämlich selbst zu, dass es sich bei Krummbein um keine normale Hauskatze handelt, sondern um einen Kniesel. Ein Kniesel sieht zwar aus wie eine Katze, ist aber wesentlich intelligenter, strapazierfähiger und kann auch deutlich älter werden als eine normale Katze. Vielleicht hat er also mitbekommen, welch falsches Spiel Peter mit den Potters gespielt hat. Oder er hat es von Sirius erfahren. Seine Reaktion daraus, Kretze zu fressen, wäre somit völlig nachvollziehbar. Dass Harry selbst die Katze nicht erkennt, ist wohl dem verschuldet, dass er damals einfach zu jung war. Alles in allem aber eine wirklich tolle Theorie, die man durchaus für wahrhalten kann. Platz Nummer 2 geht an eine Theorie, die ziemlich deutlich die Grenze zwischen Theorie und Fakt überschreitet. Was genau ich damit meine, erfährst du jetzt. Und zwar geht es darum, dass Neville genau dann talentierter wurde, als er einen neuen, eigenen Zauberstab bekam. Wir alle wissen, dass Neville Longbottom nicht gerade für sein Talent im Umgang mit Magie bekannt ist. Doch änderte sich dies im fünften Teil, nachdem er sich der Dumbledores Army anschloss und von Harry Potter unterrichtet wurde. Viele, mich mit eingeschlossen, dachten am Anfang, sein neues Talent wäre nur dem DA-Unterricht zu verdanken. Doch sollte man auch nicht vergessen, dass Neville im fünften Teil einen neuen, eigenen Zauberstab hatte. Davor verwendete er den seines Vaters. Wir wissen jedoch von Garrick Ollivander persönlich, dass sich der Zauberstab den Zauberer aussucht und nicht umgekehrt. Außerdem, dass man nur sein volles magisches Potential wirken kann, wenn der Zauberstab einem dient. Und das tut er nur, wenn er entweder durch einen Zweikampf gewonnen wurde oder der Zauberstab bei Ollivanders gekauft wurde. Also sich der Zauberstab für den Zauberer entschieden hat. Doch der Zauberstab von Neville's Vater erfüllt diese Regeln nicht und dürfte somit Neville's tolles Potential verweigert haben. Als er dann im fünften Teil einen neuen Zauberstab von Ollivanders hatte, wurde er schlagartig besser. Nein, mehr noch. Er wurde zu einem gefeierten Helden. Auch bei Ron Weasley konnten wir etwas ähnliches feststellen. Im ersten und zweiten Teil verwendete dieser nämlich den alten Zauberstab seines Bruders Charlie. Also hat man auch hier keine Regel von Ollivander befolgt. Und das spiegelte sich in Rons Können wieder. So schaffte er es zum Beispiel nicht, den Vengardium Leviosa Zauber im ersten Teil zu wirken und glänzte darüber hinaus auch in keinen anderen Fällen durch magisches Geschick. Erst nachdem er im dritten Teil seinen eigenen Zauberstab bekam, wurde er langsam etwas besser. Eine wirklich gute und glaubhafte Theorie und vor allem eine Theorie, wo ich mich freuen würde, wenn Rowling diese als Fakt bestätigen würde. Und auf Platz 1 meine absolute Lieblingstheorie, die ich sogar bis heute noch für möglich halte. Allerdings wird es wohl noch dauern, bis wir dazu eine offizielle Antwort bekommen. Damit meine ich die Theorie, dass Hagrid die Akromantula Aragog von Newt Scamander bekommen hat. Die Hinweise, die darauf deuten, sind schon ziemlich eindeutig, aber fangen wir mit einem Satz an, der von Aragog höchstpersönlich kam. Dieser sagte nämlich zu Harry und Ron im Verbotenen Wald, Ich kam aus einem fernen Land im Koffer eines Reisenden. Und genau jetzt sollten einige von euch spitze Ohren kriegen. Denn welcher neue Protagonist reist durch verschiedene Länder, bewaffnet mit einem besonderen Koffer und sammelt diverse magische Tierwesen? Ganz genau, Newt Scamander. Wir wissen bereits aus dem ersten Fantastic Beasts-Film, dass Newts Intention daraus besteht, seine Tierwesen an sichere Orte zu bringen, wo sie ihr Leben in Ruhe fristen können, ohne eine Gefahr für andere oder sich selbst darzustellen. Eine Akromantula jedoch ist höchst gefährlich und kann nicht mal eben wie der Thunderbird im Central Park ausgesetzt werden. Also, wohin mit ihm? Der verbotene Wald bzw. Hagrids Obhut stellte eine durchaus interessante Möglichkeit dar. Wir wissen, dass Newt Hogwarts des Öfteren besucht hat und vielleicht hat er Hagrid die Akromantula anvertraut, weil beide eine sehr große Liebe zu magischen Tierwesen haben und weil der verbotene Wald ein super Zuhause für Aragog darstellt, da es den Schülern verboten ist, hineinzugehen. Ein ebenfalls sehr gutes Argument ist für mich, dass ich glaube, dass Rowling viele Verbindungen zwischen Harry Potter und Fantastic Beasts schaffen möchte und dies wäre eine absolut logische und extrem authentische Chance, eine Verbindung zu schaffen, die für jeden Potterhead sehr episch anzusehen wäre. Ich würde sogar fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir im Laufe der nächsten vier Fantastic Beasts-Filme diese Theorie bestätigt bekommen. Also abwarten. Ja, das war meine persönliche Top 5 der glaubwürdigsten Harry Potter Theorien. Natürlich würde mich auch deine Meinung interessieren. Welche Theorie hältst du für möglich und welche eher nicht? Und kennst du vielleicht noch andere sehr gute Theorien, die der Wahrheit entsprechen könnten? Schreibt mir gerne alles, was euch dazu einfällt, unten in die Kommentare. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und ciao Leute! Schreibt mir gerne alles, was wir sehen,